ASV-Tagesupdate Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Am Mittwochvormittag gab es beim HSV-Training eine Sprintübung, bei der Trainer Steffen Baumgart die Kommandos gab. Einige Spieler waren jedoch noch nicht auf dem Platz, darunter die Nationalspieler Adam Karabek, Immanuel Ferai, Dennis Hatzikadunic, Bilal Jalcinkaya und auch Neuzugang Emir Zahiti. Yata, der sich mit einem Bänderriss verletzt hat, absolvierte weiterhin ein individuelles Trainingsprogramm abseits der Mannschaft. Während die Nationalspieler noch nicht zurückgekehrt sind, konzentriert sich der Rest des Kaders auf die Vorbereitung unter Baumgarts Anweisungen. Laut der BILD wird es für Mario Vuskovic aufgrund der strengen Vorgaben der nationalen Anti-Doping-Agentur schwierig, beim HSV eine Beschäftigung während seiner Sperre zu finden. Die NADA-Richtlinien erlauben es ihm nicht, im Fußballbetrieb aktiv zu sein. Und jeder Verstoß gegen diese Vorgaben könnte seine Sperre verlängern. Besonders heikel wird es, wenn Vuskovic sich privat im Umfeld des Vereins aufhält, etwa bei Spielen in Hamburg. Selbst bei einem bloßen Besuch muss er aufpassen, nicht als Teil der Mannschaft wahrgenommen zu werden, da dies ebenfalls gegen die Regeln verstoßen könnte. Da Vuskovic weiterhin Einnahmen benötigt, etwa um Prozesskosten zu decken, käme eine berufliche Tätigkeit in einem Unternehmen in Frage, das nichts mit dem offiziellen Fußballbetrieb zu tun hat. So könnte er zumindest vorübergehend außerhalb des Sports tätig sein, bis seine Sperre abläuft und er möglicherweise in den Profisport zurückkehren kann. Der Hamburger SV war diesen Sommer an den Bayern-Talenten Paul Wanner und Franz Kretzig interessiert. Wanner, ein vielversprechendes Offensivtalent, entschied sich jedoch gegen den HSV, da er weiterhin in der Bundesliga spielen wollte. Beim HSV wäre ihm dies in der zweiten Liga nicht möglich gewesen. Franz Kretzig stand im Fokus als möglicher Ersatz für Miro Muhheim, falls dieser den Verein verlassen hätte. Da Muhheim jedoch beim HSV blieb, kam auch der Transfer von Kretzig nicht zustande. So scheiterten beide Transfers an klaren sportlichen Entscheidungen der Spieler und der Kadersituation des HSV. Trotz dieser Rückschläge bleibt der HSV ein attraktiver Klub, muss sich jedoch weiterhin gegen die Konkurrenz aus der Bundesliga behaupten. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV. Das war ja auch.